Hallihallöchen und willkommen bei Heroes of the Storm. Willkommen auf dem Schlachtfeld Bestrafer Arena. Haben wir gestern schon mal gespielt? Faye wollte unbedingt nochmal. Ach guck mal. Ja, das ist ganz witzig. Da spielen mehrere in der Gruppe. Eins, zwei, ne, hier auf der Gegenseite und zwei auf unserer Seite plus wir zwei und drei auf der Gegenseite. Das könnte zum Problem werden. Ja. Aber das ist ganz lustig, darf man das mal ganz ehrlich sagen. Also mir macht das viel Spaß. Und was man ja dabei sagen muss, du kannst jetzt auch über das Battle.net selber auch Voice Chat. Vorher hattest du das ja nur testweise in Overwatch und jetzt kannst du das auch direkt im Battle.net. Ja, hab ich schon gesehen. Genau, aber dafür musst du nicht mal dasselbe Spiel spielen, sondern du könntest jetzt Heroes spielen, ich könnte Overwatch spielen, wir könnten trotzdem zusammen quaken. Und das ist ganz witzig. Ja, man hat ja so ein bisschen vorgekommen, dass wir eigentlich unterschiedliche Sachen spielen. Ja, also wenn man zusammenspielen spielen, spielen wir auch zusammen. Also beziehungsweise was wir online sind. So, wir waren dauernd in den 90 Prozent. So, du, ich hab schon vollgeladen, du, noch nicht schon mal ganz, du, noch ganz kleiner Strich, ah, jetzt. Äh, Krieger, Johanna, Leo, Rieger, oder? Ähm, Atanas, Atanas, ich hab auch keiner davon spielt. Ich nehm den Leo, Rieger, ich mach einfach, Atanas. Ich kann zwar gar keinen davon spielen, aber macht nix. Der Atanas ist echt nicht schlecht, ist aber ein Kriegernahkampf. Ja, ich war, ich hatte nur Krieger. Wär ich auch. Warte, Atanas? Ich hab' ein bisschen was? Ähm, Chen? Ja, Assistenten, Spezialist, Krieger, Assassin. Wann, ich kacke ab. So, was? So. Das erste. So. Verdiene 100 Killpunkte. 3 2 1 stimmt für schlecht ich wollte erst mal unsere strafe ja und dann gehen wir aber sind auch schon die anderen auch ich bin besorgt das praktische ich kann ja seelenwanderung machen ich kann ja voll nicht spielen ja ich hasse es gibt es ganz wenig krieger die ich spielen würde naja egal was spaß so kein spaß hier ist total ernst so ich krieg das echt nicht auf die kette ich weiß auch nicht warum aber Krieger habe ich echt Schwierigkeiten mit ich weiß noch nicht mal was das alles ist das ist voll ätzend ja ich krieg auf die Schnauze ich krieg ordentlich auf die Schnauze ja wir haben nen Held getötet ich war es zwar jetzt nicht aber ich bin da weg bist du doch jetzt ja weg raus es ist gar nicht so einfach also ich finde das ganz witzig aber du wirst da echt reingeschmissen und das ist ja lustiger finde ich daran eigentlich ich bin dort ist ja eigentlich das lustige aber das ist auch schwieriger weil du hast natürlich ich bin fest naja nicht die du vielleicht noch nie gespielt hast aber jetzt eben die beste Möglichkeit finde ich um da mal ja rein zu probieren nein 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 der tötet mich nein hör auf du blöder Drecksack nein oh verdammt ich bin gestorben das ist lustig hallo Faye hallo hallo Faye hier bin nur tot ich bin nur gerade ein bisschen tödlich verunglückt ups es ist lustig das macht voll fun es ist nicht einfach wow shit ich bin schon wieder tot wie kann das was ist denn los hier jetzt aber Krieger zu spielen ist auch nicht so wichtig muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen das ist halt eine Sache die echt schwer ist ja ich bin nicht so der Nahkämpfer ganz ehrlich gesagt ja vor allem wenn ich kenne die noch nicht so wirklich ah ich bin schon wieder betäubt das gibt's doch nicht so jetzt habe ich aber einen getötet geht doch oh die haben schon 58 wir waren im wir haben 50% oh wir hatten eigentlich die Führung mal gehabt so viel Fortschritt bei 50% das ist ja auch nicht leid man darf ja nicht vergessen hilfe hilfe oh oh ich muss mal weg hier wow der panda hat mich schon wieder im Visier der panda der panda der panda scheiß pandas die eure ergebenheit ich bin warum stirbst du sonst überleben wir wollen gewinnen du hast da irgendwas falsch verstanden wir ein team wir gewinnen ja wir wollen gewinnen alles deine schulter bei jetzt verlieren hier wenn ich mal so ein so ja getötet ich hab die Kerrigan getötet es ist nicht einfach ist der gar nicht zu spielen finde ich da kann jeder der gute Schilder und so in wir haben alles nichts wenn ich nicht richtig kämpfen kann nicht weg der Gegner nahe ist schon wieder tot gibt's im Gegner nicht für die Punkte die haben wir als ein Gegner vor die Punkte derzeit im Gegner gegen die gleiche Wunde die die ja weil ich will war von fünf umzingelt du stirbst ja alleine es ist gar nicht so einfach so wo sich da kommt der dem dem es mal platt machen dem es mal platt machen auf jeden Fall hier den den Sack äh vom Panda so jetzt hab ich ihn boah spannend den dürfen nein 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 dürfen scheiße nicht unseren bestrafer zu spüren wollte ich sagen alles fehlst du schuld so das alles alles fehlschuld also und liebes Team die Säurem aber bei fehlbeschwerden nicht hier steckt viel schuld 5 Prozent 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 wir nehmen ich in dem Panzer oder nicht im Platz nicht mehr nach sie in der CDU at-cebo Spitzel ist das wollen wir spielen aber ohne oder sie ist mal die Schauspiel Kriegst du nicht einen Auffall auf die Nase vor mir. Wir haben, glaube ich, zweimal den 10 Morales dabei. Ja, jetzt habe ich den. Äh, ich will das. Los. Gut so, gut so. Woah! Hilfe! Hilfe! So, ich habe da einen in der... Woah, nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt bin ich gestorben. Ich bin so in dem... Ich komme da nicht mehr raus. Huah! Alles fehlschuld. Nein, unser Bestraffer ist noch tot. Das gibt's doch nicht. Hashtag fehlschuld. Gar nicht. Hashtag fehlschuld. Ja, Hashtag schon wie du war als erstes tot. Huah! Wo kommt er denn her? Uah! Alarak. Was war das? Ich versuch gerade mal eben... Uah! Ich sterbe. Ich sterbe. Aber ich habe wenigstens mein Koloss. Der noch angreift weiter. Aha! Ich bin hier auf die... Da bin ich gerade, aber... Na... Was? Der Bingen da. Mein Koloss. Aber auch noch so, dass ich das nicht sehe. Das Bingen. Das Binge, Binge, Binge. Äh... Heiler sind... Entschuldigung. Das Gegner Team hat schon 50%? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Waaah! Machst du das? Mhm. Na, da bist du. Mist. Ich bin noch... Ich bin noch nur... Ich bin noch nur... Ich bin geblendet. Nein, 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 lass mich weg. Ich bin... Ich bin noch gar nicht so groß. So gut. So, ich habe ein Koloss auf den... Auf den Heiler losgelassen. Ich halte mal gerne die Heiler anziehen. aber 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 ich habe kein mal nach was mir man als leer und aua ist leer also leben ist leer manchmal eben beim halb und ich aber auch ein auch das selbe aber so warte jetzt habe ich ihn gefangen oder das ist aber ich war einfach das ist ein bisschen wir haben nur 38 und die hat schon 78 was sind hier los und vorliegt er kann er hat dann aber das gegnerteam leider mann ich kann den nazebo gar nicht spielen nochmals immer die guten den Sopso Gulda ist wohl gut der ist aber nicht schlecht wenn du den kannst und wegkommst ah wir haben eh verloren ah es gibt es doch einfach nicht was machst du denn da der städte schuld sagt sogar nichts mehr ist vorbei ist alles zurück ich bin böse ich würde sagen in der nächsten partie machen war eine schannell suche bitte bewerte die qualität der verbindung die verbindung war eigentlich sehr gut so vielen dank so ich würde sagen in der nächsten partie werden wir eine schnell suche machen wir sehen uns dann in der nächsten runde wieder in der schnell suche wenn ihr denn wollt vielen dank fürs zuschauen und fürs dabei sein tschüss und und und